9 leute mal an der anspruch wie geht es heute nämlich hier live auf twitch der film der eigentlich 1999 in die kinos kam und wir versuchen uns allein in den wald zu trauen mit diana moin hallo zusammen wir gehen rein ich mag mein greenscreen ok kurze videoaufnahme ich hoffe es ist alles laut genug dann baut sie wir sind der typ glaube ich hat der ein bisschen wenig fehler oder sieht es aus finde ich nicht ganz normal danke fürs follow schreck mich später bloß ja auf der flucht richtig suchen wir uns einen jungen das war ich jetzt Oh Gott, lass mich nicht fahren. Okay, nee. Telefon? Äh, hier. Okay. Ich muss nicht lenken. Willkommen bei den Bärhasen. Schnupsi, danke, du Sack. Ihr reiner Schreck. Danke. 23 Mode. What the fuck? Okay. You think that's a good idea? Hat jemand mitgelesen? Happy Halloween. Ja, bist du uns sicher, unseren Jungen? Mhm. Mach jetzt keinen Scheiß. Ich muss sagen, mit Schäferhund fühle ich mich schon ein bisschen sicher. Ja. Oh, der kann zubeißen. Kann mir jemand eine Pampers holen? Nein. 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 Ich kann es voll oben. Ich darf mal aufräumen können, sein Auto. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to go to the sheriff. Hmm. Okay. Was? 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 Oh, man kann den Hund anpassen. Näh. Er muss dunkel werden. Ja, so dunkel möglich, hätte ich auch gesagt. Rot ist heiß, man auch ein ganz klar. Und Augenfarbe, sieht man die überhaupt? Grün, grün. Äh? Dann wird's so stechend. Ich find blau immer stechend beim Husky. Find's nicht? Ich mag halt grün. Dann, ne, ist das grün? Ich hoffe. Wir haben gerade unseren Hund lackiert. Können wir darüber reden? Mieter ein Auto. Wie ein Auto. Okay, lol. Oh Gott. Die Bewegungen hier. Okay. Musst du sich dran gewöhnen? Oh, lol. Oh, lol. Und ich fühl mich irgendwie ein bisschen klein. Was machen hier die ganzen Polizeiautos? Hä? Übrigens, wer das nicht weiß. Ähm, das Spiel heißt Blair Witch. Also es geht um eine Hexe, um die Witch. Wie mach ich auf? RT. Tee. Ah. Let's find this kid. He's been through and off all ready. Okay. Ah. Bist du's vorlesen dahin, ne? Es ist zu unscharf. Oh nein. Oh nein. Hm. Okay, wir suchen auf jeden Fall einen kleinen Jungen. Der sich mit einer Hex in den Hosen pisst. Was? Okay. Ich bin gespannt. Wir suchen den Jungen. Kann man Kopfhörer öffnen? Ja. Walkie-talkie. Sorry, Anthony. First come, first served. Now I'll call landing once I'm in the forest. Ähm. Und jetzt? Ich kann nichts drücken. Was mach ich damit? Einstecken. Okay. Sonst was da? Ne. Der Hund? Der macht wie Pferde mit seinem Geschnüffel. Siehst du was, Boy? Siehst du was? Nix. Äh. Hat er sich im Dreck gesuhlt? Oh, bist du ein süßer, braffer Hund. Jetzt komm. Ein Pferd aufnehmen. Haben wir überhaupt was, um die Pferde aufzunehmen? Ich weiß. Er kann auf jeden Fall mehrere Befehle. Wir gucken. Noch ist ja hell. Hm. Alles irgendwie zugesperrt. Nö. Hm. Oh. Hier ist noch was. Ach, sehr schön. Das haben wir abgesucht anscheinend. Der Kaffee ist... Kann ich mir angucken? Äh. Nö. Nö. Okay, ihr müsst ja angucken, König würde. Äh. Welspest Sheriff. Gar nicht eingebildet. Das haben wir bestimmt von unserem Sohn bekommen. Ich glaube nicht, dass wir das Schärfe sind. Das geht bis 17. Jahrhundert zurück. Äh. Okay, also das ist einfach so ein extrem langer Verwissen. Ne, 15.30 Uhr. Heißt das 15.30 Uhr? Ich glaube, ja. Okay, okay. Wir sind auf jeden Fall in diesem Wald nach dem Boy. Einen Rucksack. Ah, Taschellampe, Wocky Zocky, Handy, Rucksack. Okay. Oh, Taschellampe erst gewählt. Nice. Nein, jetzt muss wir nachts schon keine Angst mehr haben. Also wir sind den Rucksack auswählen. Hundeleckerli. Hundeleckerli. Wie wähle ich das aus? Ne, so nicht. Hä? Ich will das Hundeleckerli. Er nimmt Hundeleckerli nicht. Er nimmt Hundeleckerli nicht. Ich bin schwer enttäuscht. Die haben echt alles mit hier. Oh, und vermissten Poster. Okay, den suchen wir. Also den kleinen Knirpsi. Wir werden ihn nie wieder finden. Gib mal, Hundeleckerli sieht lecker aus. Danke fürs Follower. Oh, er hat was? Was soll ich damit machen? Aber danke. Er freut sich. Danke. Vielleicht, dass du sie wirfst? Meinst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß auch nicht, was Hundeleckerli nicht nehmen kann. Uah, danke schön. Was ich irgendwas... Ah, da hier. Hoppla. Guckst du dir an. Snack essen? Darum steht das Snack essen? Ich würde es noch nicht essen. Das machen wir nur, wenn wir es im Wald verirren und ganz viel Hunger haben. Ich hab's ihm gegeben. Loll. 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 Man muss seinen Beschützer füttern. Und happy Halloween an allen Tüten. Danke für die Bits. Okay, Beschützer. Ich seh nichts. Wo gehen wir hin? Lennar, bist du bereit, in den Wald zu gehen? Oder haben wir was vergessen? Es ist eigentlich noch zu hell, um in den Wald zu gehen. Ja, das wundert mich auch noch. Mal gucken wir ganz kurz die Autos an. Aber so sehen wir den Jungen besser. Ich geh rein. Ich hab keine Angst. Soll ich gleich doch umdrehen. Oh, oh, oh. Rot war eine gute Wahl. Wir sehen ihn immer von mir. Hast du da was? Hast du da was? Nee. Aber ich hab so eine komische Musik im Ohr. Naja. Ich bin Herkules. Ja. Äh? Warum sehen wir das Videoaufnahme jetzt? Hm. Fragen über Fragen. In dem Wald suchen wir? Ach du Sch... Oh, da ist das Hexenzeichen. Nehmen wir Hexenzeichen. Den finden wir niemals. Blerwensch. Blerwensch. Ich hab mein Greenscreen. Echt im Hintergrund fehlt was. So geht's. So geht's. Okay, wir gehen rein. Ich seh nicht. Das sieht ja auch nicht gruselig aus. Nö, 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 nö. Das ist ganz normalerweise. Uns fehlt eigentlich ein Kompass. Wir werden die wieder rausfinden. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Was soll ich machen? Funkgerät, ne? Ja, was? Anruf. Achso, Kanal 2 auswählen. Jawohl. Und wie? Ah. Alice to base. Did you copy? Alice? What are you doing out here? Joining the search party. Okay. Alice. If you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir. I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, uh, health issues, they're not gonna be a problem. Sir. I'm not gonna screw this up. Diesmal nicht. Well. Alright then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Well. Time to get to work. Schnöffel, Hund. Schnöffel. Ist das der Sohn von unserem Chef, oder was? Dennis, voller dem Ohr. Ich weiß nicht. Willkommen bei den Wehrhasen. Kara. Dankeschön. Für drei Monate Prime. Danke. Bitte nicht rein sappen, wenn's Dunkel ist. Jetzt geht's noch. Und nein, Nico. Ich hab nicht in dem Sarg geschlafen. Warum sollte ich auch? Ein Sargenton, der jetzt sein kann? Robert. Okay, das ist rufen. Ich kann ihn rufen. Okay. Oh. Der nie von meiner Seite weicht. Er warnt vor Gefahren. Aha. Bleib immer in seiner Nähe. Okay. Okay, aber ich kann such. Streich will wahrscheinlich. Bleib bei mir. Halt und beschimpfen. Beschimpfen. Okay. Oh Gott, das sind viele Befehle. Such Befehle. Hoppla. Schnüffel. Schnüffel. Such Hundi. Okay. Bin dicht hinter dir. Hat er überhaupt irgendeine Fährte? Ich weiß das auch nicht. Hab ich auch schon gefragt. Bin dicht hinter dir. Oh. 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 Achso. Ja. Richtig. Wo ist er? Ich habe verloren. Hä? Ist der unter mir? Er ist unter mir. Läuf. Was ist da? Was? 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 Was willst du? Hundi. Was willst du? Wir suchen nochmal. Okay, es sind mehrere Suchtrupps hier im Wald. Rapid zur Not, falls du sterben solltest, rette ich dich. Danke. 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 Kannst du den Hund fragen, ob er Pia holt für mich? Okay. Mach ich. Aber wir haben jetzt keine Spur. Richtig. Richtig. Das ist so. Das ist so von mir. Also im Übrigen, falls ich wirklich was vorlesen soll, ich habe den Stream jetzt parallel geöffnet. Da geht's. Okay. Sehr gerne. Aber der Hund findet nicht mehr. Ich sag doch, er hat doch gar keine Fährte. Nö. Was soll er denn finden? Wir gehen weiter. Belohnt werden? Nö. Ja, die reden echt viel, ne? Sollen wir ruhig sein. Aber wenn's dunkel ist, redet keiner mehr. Nö. Nö. Mit ne SMS. Wie geil. Falsch. Hä? Ich... Hä? Wo ist mein Handy? Ich krieg mein Handy nicht. Wollte ich verarschen? Ah, jetzt. Anrufer? Nee. Nachricht. Könnt ihr auch mal auf uns reden, oder? Anruf, wenn ich Zeit habe. Kann ich was machen? Happy Halloween. Was? Lol. Lol. Das wär aber ganz so dumm. Einfach um den Weg zu markieren. Hier, die dritte Pizza, 30% deiner. Wir rufen an. Yay. Pizza. Pizza. Tierarzt? Ruf vorbei. Doktor Sheriff. Ich kann welche Ursen, die wir jetzt haben. Krankenhaus entlassen. Hm. Hunsie. Links oder rechts? Okay, Sieg. Links oder rechts? Links oder rechts? Wie gesagt, woher soll er es denn wissen? Das ist für mich noch... Ja, ich hab gehofft, dass wir ein Stück Stimmers dabei haben. Versuchst du mit dem Handy Dragon Ball zu spielen. Ich glaube, das klappt. Ja. Oh Gott, es gibt zu viele Wege, deiner. Wie werden wir uns verlaufen? Ja. Er macht's richtig. Er legt sich einfach mal hin. Scheiße, wir werden uns verlaufen. Ja, aber wir können ihn ja noch nicht mal ausschöpfen, weil... Pff. Nee. Mal gucken dir diese tausend Wege an. Dahinten ist Absperrband. Oh. Was? 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 Oh. Äh. Kaffeebecher. Ah, ihr Schweine. Braver Hund. Braver Hund. Kaffeebecher geholt, ich wollte Bier. Sorry. Dann kann ich alles haben. Für mich gibt's heute Weinschaule. Oh Gott, es gibt zu viele Wege. Hund, sie macht's richtig. Er geht mitten durch den Busch. Ich folge dir. Das heißt, er hat alle Wege führen nach Ruhe. Juhu. Danke fürs Follow Duck Magic. Hey, moin. Das ist eine gute Frage. Lernt der Hund was durch Tadeln und Loben? Es muss einen Sinn haben, ja. Ich kann's mir vorstellen. Ich kann's mir vorstellen. Wie beim Tamagotchi früher. Wir könnten sicher sagen, hey, bellen nicht beim Müll oder so, ne? Ja, aber auch der Müll könnte ein Hinweis haben. Nein. Ich glaube, ich sollte zwischendurch schon mal Such machen, oder? Ich liebe es in der Schnüffel. Mein Problem ist, ein bisschen nach was sucht er aktuell. Ich weiß alle, was wir suchen hier. Wir laufen hier irgendwo im Wald rum. Ich weiß nicht mal, ob ich hier einfach vorbeigehen kann, zum Beispiel so. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, wohin noch, ne? Ich bin ja mitten im fucking Wald. Hier überall. Leute. Hier überall kann der Junge sein. Überall. Und ich habe mich jetzt so oft im Kreis gedreht, dass ich nicht mehr weiß, woher ich gekommen bin. Und das kann euch ohne Scheiß im Wald passieren. Passt da echt auf, ne? Das ist wirklich so ein reales Ding, ne? Wenn ich so oft im Kreis drehe, warst du das. Okay, hier ist eine natürliche Wand. Ja, ich kann mir nicht durch. Man soll auf dem Wegen bleiben. Aber es steht ja in der SMS, man soll diese Kreide benutzen. Das haben wir nicht getan. Er hat gerade gefeilt. Er hat geknurrt. Ist das da? Wo ist er? Da ist er. Ähm. Ja, bitte? Siehst du was? Nein. Ist das der Moment, wo man ausschimpfen sollte? Ich habe keine. Ich weiß es nicht, aber er hat geknurrt. Es kann ja auch abgehauen sein, weil er geknurrt hat. Ja, er findet nichts. Ich weiß nicht. Ich würde den Hund nicht ausschimpfen, wenn es nicht ganz offensichtlich falsch war. Hm. Was du haben angeknickt. Oh Gott. Ich soll wieder jemals was finden in dem Wald. Ich habe mich ja jetzt schon verlaufen. Ja. Du hast die Kreide nicht benutzt. LOL. Juhu. Du bist losgelaufen, ohne alle SMS zu lesen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da war auch was von Tierarzt gestanden. Der hat gesagt, er hat den Büro anrufen. Ah. Wo? 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 Ich sehe nicht mal. Er darf nicht so weit weggehen. Was denn? Profi. Was denn? Was ist da? Profi? Vielleicht ist er da gesessen. Profi, was ist da? Er schnüffelt noch, hört ihr's? Was denn? Ich sehe nichts. Ich bin ein Blinkfisch, oder was? Ich check's nicht. Hm. Oh, da hin? Der will mich psychisch fertig machen, glaube ich. Oh. 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 Soll ich meine Höhle? Bullets fetch. Hä? Ich hab Angst, oder mein Hund? Bullets holen. Also, er wird irgendwas holen. Oh. Oh. Ein Rucksack? Die Mütze. Ah, die Mütze. Brav. Müsste es alles gleich in der Bauch. Ja. Das ist Peters Cap. Hm. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Oh, gute Idee. Ah, LP, um Bullets Objekt zu zeigen. Come on, buddy. Sniff. Jetzt haben wir eine Spur. Jetzt haben wir eine Spur. Yay. Endlich. Endlich. Nimm die Fert auf. Ja, sehr brav. Ich hab Angst. Ich hab Peters Cap. Ähm. You did? Well, great job, Alice. Just stay where you are. We'll join up with you. And keep searching from there. Nein. Wir gehen jetzt ganz tief in den Wald und kommen nie wieder raus. Oh, Mann. Bullets, they so... Äh, they so... Alter, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Bullets! Wo bist du? Wir brauchen dich. Bullets! Da sind wir runtergeplumpst. Okay. Und ich hab meinen Hund verloren. Das ist schlecht. Kannst du pfeifen? Er hat da grad gerufen. Bullets! Also hier wird der Wald schon ein bisschen creepier, ne? Wir müssen ein bisschen... Mmh. Bullets, where are you? Bullets! Der läuft doch nicht weg. Bullets, komm her! Ja, kommt drauf an. Wenn er eine Fährte aufgenommen hat, dann sind wir zum Teil Luft weg. Ähm. Ich hab grad psychische Probleme. Ich hör... Oh Gott, ich hör Stimmen auf verschiedenen Ohren. Man soll ja mit zwei Headshots spielen. Ich hör's auf verschiedenen Ohren. Ich werd begeistert. Nein. Rückbleiben. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Ja, es ist nur in meinem Kopf. Bullets, where are you? Oh, oh. Was ist das? Bullets hat dich verlassen. Sonst geht's nicht gut, Leute. Oh, der Hund. Der Hund. Wir haben's geschafft. Oh Gott, der Hund. Er hat uns zurückgebellt. Och, jetzt dachte ich, es wird spannend. Es wird psychopathisch. Puh. Ich mag den Hund. Ja. Bullets. Bullets, lass uns nie wieder allein. Ja. Ich kann nicht alleine sein. Was ist das, Boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Warum, du kannst den kleinen Bullets doch nicht bürgen. Nee? Äh, wo war? Wir haben ihn so aufgerufen. Wohin, Bullets? Wohin? Führst du den Abgrund runter? Äh, Handy... Telefon! Telefon! Ja. Hey, hey. Hey, Jess. Alice? Is everything alright? You don't sound so hot. No, it's... I'm fine. It's, uh... Under control. Oh, voll gereizt. Ähm... Hm... Will ich da brennen? I'm sorry, Jess. Ey, wir sind echt am Arschwell, dem Walden und hier ist eine Brücke. Okay. Es wird auch langsam dämmerig. Ja. Es ist dunkel. Ja, aber guck mal, du wirst nicht mal alleine, solange du Bullets hast und auch noch mich, was willst du? Nein, ich spiele kein Outlast, das ist einfach nur ein Jumpscare-Game, was einfach öl bewertet ist. Wir probieren uns mal was Neues aus, und zwar Blair Witch, wie gesagt. Steht auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise Stream-Beschreibung. Jumpscares sind kein Horror, Leute. Die Stimmung muss euch einfangen. No. Scheiße, wir finden ja nie wieder heim, Mann. Bullets, wohin? Wohin, Bullets? Wir haben noch Handyempfang, also immerhin. Alles gut. Musik? Okay. Ist das ein Zelt? Mit großen... Möchtest du da gegen das Mikro gestoßen? Entschuldigung, nein. Was? Dein... Ich hab's gehört. In der Camp? Was im Hauptmenü gesehen haben. Eine Nachtaufnahme. Und was zeigt sie mir? Möchtest du hier? Bist du? Alice, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just... Need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Gehst du so Frau, ne? Ja, Chef. Denk ich. Ich denke ich. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I could hear myself just fine. And I could see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little puppy for you to look after. Oh, hi, Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. Oh, I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just... Can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Oh, you see the guy like the entire Schrift. Lol. I think we give us the shoulder of the verschillende Sohnes. Can that be? And do it on the road, no? Juhu. Oh, oh. Nein, das ist kein Mut. Mm-mm. Das ist absolut kein Mut. Bullet. Just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Ja. Yeah. Ich will. Ja, ich will auch. Okay. Hm. Bulle. Willkommen bei den Wehrhasen. Red Cat Queen, danke für dein Prime-Abo. Schreck bin ich so, es ist fucking dumm geworden. Oh, oh. Taschel-Lapp-Moment. Der Taschel-Lapp-Moment. Oh, oh. Der Taschel-Lapp-Moment. Jetzt. Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse es. Mit Taschel-Lappen kann man so super gute, was man sagen, Angst verbreiten, weil du siehst immer nur einen kleinen Bruchteil in der Umgebung. Und, äh. Und übrigens. Ich höre ich das jetzt. Danke, Magic and Girl. Moin. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Höre ich das jetzt genauso wie du? Also, ich habe den Hund gerade nach rechts gehört. Und jetzt. Ja, so höre ich's. Ja, genau so höre ich's auch. Wow, geil. Nein, das ist nicht geil. Echt geil. Ist das die Witch? Vielleicht? Hm. Oder ein alter, uralter, darf man Dildo sagen? Also, ich finde, das sieht aus wie eine Ritualstatue oder sowas. Ritualmaterial. Der Camp Quarter. Wie sehen wir ins Zelt bitte rein? Hund hat uns reingezogen. Also, wir haben ja komplett, pff, und dann ins Zelt. Mit roten Videokassetten kannst du Realität manipulieren. Was? Was? Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Lol. Klingt kompliziert. Ja. Hä? Hä? Was war das für ein Arm? Jetzt bin ich auch verwirrt. Das sieht nicht gut aus. Hä? Guckt mal, das... Voll... Voller Narben. Das ist doch kein normaler menschlicher Arm. Und wer liegt da am Boden? Das ist echt schwer zu pausieren hier. Ja. Ist das der kleine Junge? Ja. Und, Leute? Die Jacke wird passen. Ihr seht es vielleicht links im Bild, ne? Da ist das Spielzeug am Boden. Neben der Kamera. Siehst du es blinken? Ja. Ja, aber in einer anderen Farbe. Aber ja. Guckt mal! Guckt mal! Guckt mal, links im Bild ist das Auto jetzt da. Wenn ich es so mache, ist das Auto links weg. Wir manipulieren gerade echt die Zeit. Also, er rekonstruiert, wo das stattgefunden hat. Dann kann ich es einfach da lassen, oder? Oh, Mann. Ja. Okay. Ja, ja. Oh, Leih. Dann lass uns das doch mal anschauen. Nein, das war von einer Minute noch nicht hier. Leih. Wir drehen komplett am Rad. Detektiv Black Rabbit im Einsatz. Mit Assistenten. Watson Diana. Äh, danke. Hast du? Ich werde hier voll niedrig eingestuft. Okay, Bullet zeigen. Bullet. Riech dran. Ja, aber das ist eine gute Idee. Aber ich will nicht durch den Wald laufen mit der Taschenlampe. Verstehst du das nicht, Diana? Doch, das wollen... Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt... Hinterher! Hinterher! Geht's auch langsam? Darf ich am Boden kriechen? Also, du willst Sherlock Holmes sein. Jetzt zeig mal ein bisschen Mut, ein bisschen Rückgrat. Sherlock Holmes ist nicht mutig. Er hat nur Glück. Kommt drauf an, welchen. Cumberbatch war super. Ich hasse Taschenlampe im Dunkeln. Also, ich find's... Ohne Scheiß... Ähm, ich weiß nicht, wie's euch da geht. Kannst du gerne mal in den Chat reinhauen oder in die Kommentare. Ähm... Ich find's sogar ohne Taschenlampe nicht so gruselig im Wald wie mit Taschenlampe. Weil halt du... Wie gesagt, dieser Mini-Lichtkegel, der macht mich fertig. Was ist los hier? Ich hör Geräusche. Aus der einen Richtung. Und er bellt. Oh! Achtung, es könnte jetzt zu Schreck kommen. Ich hab's doch im Urin irgendwie. Hmm... Zerstören. Oh, oh. Aber... Olga? Olga? Nee. Oh, oh... Oh, doch. Olga. Ich kann's nicht lesen richtig, dachte ich. Ich hab... Äh... Kommt was? Nee. Okay. Uff. Hätten wir es nicht zerstört, das Geräusch wurde immer lauter. Ich glaub, dann... Hätten wir ein Problem gehabt. Hmm. Ich will nicht dachts im Wald laufen. Wer kennt sie nicht? Olga. Genau. Rein. In die Olga. Hahaha. Ah. Ja, bitte. Und? Oh, Leute. Hm. Schnüffel, schnüffel. Und geht's weiter? Es wird aber ziemlich kompliziert bei den Videobändern, ne? Ja, vor allem weiß ich nicht, wann wir die übereinsetzen können. Langsam, langsam. Vorsicht, nicht wieder hinfallen. Ey. Nicht hinfallen. Nee. Oh, Gott. Geht das da? Einfach so? Oh. Nein, ich glaub, er ist weg. Er ist noch da. Oh, Gott. Das rote Halsband. Ich sag's dir. Ja, wir haben geschlafen. Ich sag's dir. Erst ein Kind, und jetzt du. Hm. Aber das nur was ich mache, ist nach jemanden, in dieser ganzen Beste. Wo bist du? Wir sind durch eine Ravine und rauf Bord nach dem Nr. nach einem alten Campsite. Warte, was? Wir sind durch die ganze Beine. Wir haben keine Campsite. Okay. Oh, du hast noch nicht Peter's Cap, aus. Entsache, wir sind noch auf der Straße. Wir gehen nach Nr. Was hättet ihr gemacht? Gewartet auf... Was soll man sagen? Mitkämpfer? Mithelfer? Oder werdet ihr leider... Nein, wenn Bullet eine Spur hat hinterher. Also außer du hast halt Schiss. Dann warten. Also warten. Oh Mann. Ja, aber du hast doch Bullet. Ja, zum Glück. Aber ich hab immer Angst, dass er wegrenzt, so wie vorher. Ja, aber es ist ein Hund, in der Regel kommt er zurück. Was, das machen wir jetzt im Wasser? Du kannst keine Spur im Wasser vollen. Er trinkt! Er trinkt. Äh, kein Mensch ist, glaube ich, nachts gerne allein im Wald. Ja, Darkmagic, ich war auch durchgelaufen. Er war extrem schnell. Ich hab mal einen Waldspaziergang gemacht und dann hab ich die Wildschweine gehört und ich wusste, die haben gerade jung. Meine Güte, hatte ich Herzklopfen. Das ist schon wieder sowas, Leute. Don't like it. Schnell kaputt machen. Easy boy. It's gone now. Hm. Das ist Azur. Was ist das? Das ist Azur. Diesmal ist Azur. Vorher war es Olga. Hm. Diana ist sehr gruselig. Mhm. Das ist Wasserplätschern hören hier. Don't like it. Don't like it. Du bist auch ein bisschen creepy mit deinen Augen. Das weißt du schon, Bullet, ne? Ach, er ist super süß. Er ist nicht creepy. Renn. Wo willst du hin, Bullet? Wir werden sicher gleich irgendwo stolpern. Oder. Schlipp. Äh. Beruhigt euch jetzt. Wir gehen rein. Okay. Was ist mit dem Baum? Hm. Das Leuchtband ist halt echt praktisch. Oh. 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 Das sieht nicht gesund aus. Was macht er jetzt? Das ist jetzt die Frage. Warum hat er jetzt Halluzinationen? Was soll ich tun? Wenn sie seine Frau wie einen Baum angefühlt hat, dann würde ich mir Gedanken machen. Ich wollte nur sagen, ja, ich weiß, ich habe es verletzt und ich bin sorry. Ich habe dir bereits gesagt, Alice. Was getan ist, getan. Ich habe keine Zeit in der Vergangenheit auf dem Vergangenheit. Du hast den Kinderkappen gefunden. Du bist noch in einem Stück. Und hey, at least we still got radio-kontakt. All in all. Ist da ein Haus? Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over now. Danke für das Follow. Ist das ein Haus? Nee, bei uns geht keiner das Süßes suchen. Weil ich ihn sonst verretze. Oh, nein. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Okay, das ist aus den früheren Zeiten. Und der Hund will, dass wir ihn folgen. Ich will da rein, ich will da rein. Ich weiß, dass du da rein willst, aber der Hund leider nicht da hin. Erinnert sich nicht auch an Reina? Ein bisschen. Oh, ein Auto. Weißt du was? Das ist ja gar nicht so. Oh, er hat was. Oh, lol. Aber sie, den kann man noch essen, das da drin ist, glaube ich. Ich glaube, den kann man noch essen. Danke, wie es ist voll, doch. Schnüffel am Riegel. Das Spiel in VR-Brille. Das muss krass sein, ja. Das muss krass sein. Siren Head wäre auch krass, ja. Ähm, komm ich da hoch? Wo läufst du rum, Alter? Was hast du da schon wieder? Ey, wo bist du? Ah, hier. Oh, nein. Ah. Wir müssen das spulen. Jetzt wird's spannend. Nee. Lol. Die hat den halt komplett, ne? Die hat den halt komplett. Okay. Aber wie weit wollen wir jetzt zurückspulen? Hab ich eine Idee? Ich weiß gar nicht, wo ich hinspulen soll. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt genau sehen sollen. Vielleicht guckst du gerade auf die Mine? Vielleicht müssen wir vor den Minen eingenommen. Ja, aber wo soll ich pausieren? Wie der Stein noch da liegt? Oh Gott, der Hund hat mich erschreckt. Peter didn't run away, he was kidnapped. Ich habe eine Tape. Es zeigt die Mannen, die das getan hat. Was? Wie... Wie... Wait, eine Tape? In der Mitte der Fohreste? Alice, bist du sehr? Ja, die Tape, die machen Dinge aussehen. Aber... Da ist kein Zeitpunkt. Wir müssen die Kinder finden. Er ist in sehr, sehr, sehr... Wir sind die Mannen. Alice, wenn... Ja, wir finden ihn, bevor er es zu spiel ist. Guckt mich nicht so an. Okay, wir sehen uns das mal an, ne? Ja, ja, ja. Die Augen. Guckt dir die Augen an. Ich liebe ihn. Ich weise den Weg nicht mehr zurück. Du? Äh... Das ist nicht so einfach, weil du dich halt auch so oft nach links und rechts getreten hast. Ich glaube hier. Oder? Ich hätte schwören können. Das ist wieder das Auto, das ist nicht mal die Mine. Wir sind auf das Auto zugelaufen. Aber in der Nähe... Ja, und dann war so ein Gebäude. Suchst du den Weg nochmal? Ne. Scheiße. Und da, oder? Ja. Aber so viele Kurven? Ah, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Aber ich habe beim Steigen... Da liegt... Da liegt... Da liegt noch was. Guck mal, da liegt der Ball. Links. Ich sehe ihn. Da. Baseball. Ich hätte schwören können, es ist ein Stein. Hast du eine Knarre dabei? Nee. Im Spielen nicht. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nicht den Ball werfen, nicht den Ball werfen. Ja, komm, braver Hund. Wir wissen doch, wo er ist. Was? Was? Er ist nicht in die Mine. Deiner. Das wundert mich jetzt. Er ist doch... Mich auch. ...in dem Video dorthin gelaufen. Oh. Oh. Ich gehe echt ungern den Hund nach. Ich vertraue dem Hund. Schon, aber wir sind... Fuck, bitte. Weil... Ja, ich glaube es mich auch nicht. Wo lockt der uns hinterher? Die Frage ist, welchen Geruch hat er aufgenommen? Wir sind beim Auto wieder. Ich wollte gerade sagen, dass er etwas bewegt. Dabei war es einfach nur so ein Grashalm. Oh, Mann. Ja, bitte. Ja, wohin? Wir folgen dir. Rennen wir jetzt echt im Kreis? Hm. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wir haben... Wir drehen durch, Leute. Wir drehen durch, Leute. Er hat aber gerade von links gebellt. Ich gehe mal in die Richtung, was aufleuchtet. Aber, Leute. Haltet euch fest. Huckt weg am besten. Da könnte jetzt gleich was passieren. Nehmt eure Kapuzen runter, meine Jünger. Ich weiß, dass wir ins Wasser gleich fallen. Ah, da ist er. Da ist was. Das bewegt sich. Ihr seht es ein bisschen schlechter wie ich wahrscheinlich, aber... Ja, ja, ja. Aber da wackelt was. Da wackelt was. Puh, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Was ist denn... Alter, ich will da nicht hingehen. Was will der Hund eigentlich von mir? Einfach nur bellen. Oh, leil. Oh, leil. Er ist da. Oh, leil. Plötzlich ist losgelaufen. Wo ist er denn? Sie heulen. Was? Sie heulen, waren vor Gefahren, in der Dunkelheit lauern. Immer in der Nähe. Gegner bekämpfen hilft er. Okay. Leute, das ist einfach losgelaufen. Okay. Bullert unsere Waffe. Ich habe mich auch nicht erschreckt. Also ich hätte es ohne Scheiß geschwört. Die bleibt dort stehen, bis wir hingehen. Aber nicht, dass sie losrennt, wenn ich da hingucke. Boom. Du hast sie angeleuchtet, vielleicht deswegen. Ja, warte ich doch vorher. Ich habe mich ja nur im Kreis bewegt und nicht nach vorne. Oh, Mann. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Kann mir jemand Bier holen? Ja. Mir auch. Aber wir haben eigentlich Bullet. Also daher ist es ja alles gar nicht so traumatisch. Die können wir nur ansehen. Nee, aber ich bin trotzdem gespannt. Trotzdem, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hau rein. Sorry, dass ich den Text zwischendurch überdecke. Aber ich kann mich gerade... Die Kamera nicht ausschalten. Äh, sind das nicht wir gerade gewesen, der da rumläuft? Das ist echt seltsam. Ich würde schon sagen. Oh Gott, die Katze erschreckt mich neben mir. Katze, kannst du aufhören? Oh Gott, das müsste die Hexe gewesen sein, denke ich. Die Witch. Wenn wir da sind... Oh Gott. Oh, 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 oh. Müssen wir beim Hund bleiben? Beim Hund bleiben? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Äh. Oh, oh, oh. Oh, lol. Das ist echt schwer. Ich sehe den Hund nicht mehr. Ah, hier. Da hinten, oder? Ich sehe das. Ja, oder? Oh, da war sie. Oh Gott, lol. Oh, ist das schwierig und creepy. Die ist echt schwer. Ich meine, es ist echt schwer, den Hund im Auge zu behalten, ne? Mhm, mhm. Wer hat Angst? Nein. Moin. Er hat doch Mäh. Da kann er gar keine Angst haben. Das ist noch schlimmer. Du bist ja auch doch im Ohr drin. Als, als wärst du ja quasi da mitten im Spiel. Pipi-Alarm. Soll ich jetzt auch so creepy Geräusche machen und hin und wieder creepy reden und so Sachen? Äh. Die Katze macht mich schon genug fertig neben mir. Was ist das? Ist das ein Minen-Card? So ein kleiner Zug? Ja. Oh, komm, komm, komm. Wo fahren wir die Minen? Wo fahren wir die Minen? Wo ist mein Hund hin? Bullard? Ähm. Ihm kommt ein Baum bekannt vor. Was ist er denn? Alter. Ach so, das war der Baum, der umgefallen ist und haben wir gesehen, ja? Ja. Ja. Hm? Erzähl. Ich hab gelacht wegen dem Chat. Diana mit der Psycho-Stimme, da würde ich auch beruhigt. Das würde mich auch beruhigen und dazu noch die schwarze Katze. Perfekt gerüstet für Halloween. Ich kacke mich in die Host. Wir müssen heute wach bleiben, bis es morgen hell ist. Wo ist der Hund hin? Sehen Sie nicht mehr? Oh Gott. Ich bin so warm. Wo ist der Hund? Irgendwo da drüben. Hä? Ich warte noch auf meinen Reiner im Moment. Er wird kommen. Hä, so? Wir rennen doch echt im Kreis die ganze Zeit, ne? Du weißt ja nicht, wie verwirrend der kleine Junge gelaufen ist. Und die Farbe des Halsbandes ist echt wichtig. Oh ne. Sind das schwer? Oh ne. Hier. Was? Oh nein. Da ist er. Okay. Die Taschenlampen sind schon gewackelt. Ey. Rabbit. Bullet. Ich find den die ganze Zeit nicht. Heal. Er wird dich verlassen. Und dann wirst du ganz allein sein. Er ist ein braver Hund. Noch. Auch wenn ich mir die ganze Zeit einen Augen verliere. Ist der ein braver Hund. Bis er geholt ist und du ganz alleine bist. Ich hab doch gesagt, du wirst ganz alleine sein. Bullet hat dich allein gelassen. Ich glaube. Was macht der? Was machst du? Bullet. Wo läufst du hin? Also dem hohen Gras zu folgen ist echt schwer. Hä? Wir rennen echt im Kreis schon wieder? Haben die bisschen Produktionskosten gespart? Willst du uns im Kreis laufen lassen? Was macht der Hund? Warum ist er so schnell? Warum lässt er uns allein? Ich kann ja kaum folgen. Was ist das Sinn des Spiels? Den kleinen Jungen zu finden? Oh, sieht das toll aus. Ey, wir sind schon wieder ein Baum. Ich renne echt gerne im Kreis, ja. Hä? Irgendwas passt nicht da hin. Da unten wäre die Mine. Und wir rennen im Kreis. Läuft der sicher noch richtig? Und moin, moin an alle im Chat. Läuft der sicher richtig? Ich denke... Ich denke halt eigentlich auch, wir sollten in die Mine gehen. Ich fühle mich auch schon ein bisschen verarscht im Hund. Nee, ich trau ihm nicht mehr, Dana. Oh, oh. Ich wüsste ja im Moment mal mit dem Hund nicht mehr trauen. Macht das Spiel doch schlau. Aber das Spiel weiß auch, dass wir ihn brauchen. Um zu kämpfen. Ich will in die Mine. Ich geh da jetzt auch rein. Ich geh da jetzt rein. Wärme das Letzte, was ich tue. Bist du sicher? Ja. Ich nicht. Bist du sicher? Bist du, warte. Loll. Nein. Loll. Scheiße. Diana? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Aber haben wir einen Hinweis gesehen bis jetzt? Aber wenn es ja zugesperrt ist, dann kann doch da drin der Junge nicht sein. Oder? Doch, wenn er dort eingesperrt wurde. Wo kam der Hund her? Scheiße, wir wissen nicht, wohin. Katze! Leu! Die Schachtel explodiert schon wieder. Ihr müsst wissen, meine Katze liegt in einer zu kleinen Schachtel für sie eigentlich. Aber es ist doch toll, sich in enge Dinge reinzukriechen. Aber wohin jetzt? Wir haben keine Spuren. Ist er deswegen im Kreis gelaufen? Das kann natürlich sein. Vielleicht müssen wir das Video auch noch einmal anschauen. Und jetzt wegen der Zeitmanipulation. Ich weiß nicht, wie das geht. Oder hier? Warte mal kurz. Leu! Guck mal, also du siehst es nicht. Ha! Ich bin im Weg, Leute. Aber man kann die Kamera auch hier rumdrehen. Das hat man Nachtsicht. Aber ihr seht es gerade. Leu! Das waren die Gefahren... Brotkrumen, meinst du? Der ging da aber auch nicht rein, glaube ich. Ne. Aber den Ball haben wir ja schon. Diese Hand machen wir auch fertig, ne? Und hier bei den Gefahren, der ist ja auch nur im Kreis gelaufen. Ist das die aktuelle Gefahr, vielleicht im Kreis zu laufen? Und hier ist ja auch nur im Kreis gelaufen. Hmmmm. Hiiii. Peter! Ellis, die Base. Ich, äh... Ich hoffe, dass ihr euch nicht aufgrund von mir bleibt. Okay, also sie sind noch immer hier im Wald und Sollen wir vielleicht das Auto noch mal untersuchen was vorne steht Ich habe nicht mehr eine Ahnung wo das war Wir werden von irgendwas verfolgt im Wald Da ist das Das ist echt so lange hier Ja, das stelle ich gerade auch fest Ähm, such mal hier, wo bist du denn? Hey, Alter, such mal hier Oder was kann er noch? Alles stimmt, er hat noch mehr Befehle, ne? Mhm Tadeln, hi Bleib bei mir Streicheln Ist das süß Er ist ein süßer Junge Aber vielleicht sollten wir dieses Bleib bei mir, wenn wieder die Gefahr kommt Mhm Vielleicht ein guter Befehl Aber wo war jetzt das rote Licht? Da würde ich gerne mal hin Er hatte von Baum geredet Und dann hat es der Hund abgelenkt Hast du noch irgendwie eine Ahnung, wo das war? Nein So schnell wie du nach links und rechts guckst Kann ich mich sowieso gar nicht orientieren Ich suche gerade nach einem roten Licht Aber Ich bin fucking mitten im Wald Da stehe ich meine Tasche, wie das geht Das ist die Frage Hat das eine Batterie? Ist das irgendwann vorbei? Nee Warte mal kurz Habt ihr das gesehen? Kein Surf damit Hat das gesehen? Moment mal Ich bin gerade ein bisschen verwirrt noch Ja Worpen wir uns die ganze Zeit? Und lande ich ständig woanders, wenn das Licht ausgeht? Ja Haben die das Hundertprozentig, oder? Deiner? Was sagst du? Zumindest ändert sich die Umgebung Wir sind in der Schleife gefangen Deswegen auch die Videokassetten, ne? Wir kommen nicht aus dem Wald raus Scheiße Scheiße Dann verliere ich mich noch mehr Scheiße Leute Das ist hardcore Da vorne ist es Weißt du was wir jetzt machen? Ich hab nie die Ich hab nie die Chat Pass auf Sie sehen diesen Baum Hm-hmmm 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 Ja ist Sonnheit Was? Der wohnt hat genießt, oder? Ich suche gar das Video das Richtige Man sieht's im Hintergrund vielleicht Aber der Baum bewegt sich Seht ihr das links im Bildschirm? Ich kann den Baum hochgeben Ja Sehr schön Ich hab doch gesagt Wir fahren damit Ich hab gerade Diesen Baum Hochgehoben Können wir darüber mal reden? Loll Rabbit Du bist der Wahnsinn Loll Hab nichts anderes Von einem Wehrhasen erwartet Loll Was sagt ihr dazu Chat? Und Kommentare Loll Ja bitte Hier, como ist das Geräusch? Es ist ein Magik, Baby Oh, Baby Oh, Gott damn Wir sind so nah Base zu Ellis, ich sage Base zu Ellis Gefallen Was ist das? Sie sind gerade beim Weißen Baum Sie sind beim Weißen Baum Und wir sollen zurückgehen Shit Ist noch was übrig, bis wir zurück sind? Das ist gerne Die Frage ist eher Wo war der fucking Weiße Baum? Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist Warum? Sind sie noch am Leben, wenn wir dort sind? Weiß ich Diese Hundetapster machen mich aber auch fertig Welcher Baum? Der mit Ähm Musst du diesen Lärm hier machen? Der mit den schwarzen Teerresten? Was auch immer das sein soll Aber wie soll ich den jetzt wieder finden? Lol Ey, ich war froh, dass ich das hier wieder gefunden hab Wahrscheinlich wieder durch die Gegend laufen und walken Wie gesagt, wir sind hier gefangen, Leute Wir sind hier in diesem Wald gefangen Niemand wird dich finden Und ich glaube auch nicht, dass uns dort wer erwarten wird Oh, lol Ich hab ihn Aber da ist niemand Das ist doch der Weiße Baum, oder? Äh Keine Blätter, ja Überall schwarze Ranken, ja Er glaubt uns nicht, dass wir hier sind Okay, er glaubt, wir sind einfach irre und Und wir denken, wir sind der Einzige, der einen Jungen verlieren kann Aber wie soll das sein, ne? Oh Ich seh sie nicht Er bellt den Baum an Oh, da war sie Oh, lol Hat die gerade Bullard angegriffen? Nee, aber das fiese So fucking schnell Was? Wo ist die Hundi? Okay Das Vieh ist echt schnell Entspannt 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 Das Vieh ist echt schnell Ich hab ne SMS Kennt ihr noch von früher? Da gab es noch kein Internet Er hat ne SMS geschrieben Es ist immer besser, was? Sich zu bewegen, als nur rumzusitzen Leute, die sich nicht bewegen, haben eine 99% höhere Sterberate Loll Fang lieber an zu gehen Okay Das ist mal ne SMS, oder? Mhm Ich sag's, ob ich denk, dass solche Tutorial-Tipps auch sind Fang lieber an zu gehen Aber Wohin denn? Wohin, Diana? Ich weiß es nicht Ich wäre gerne unten in die Mine Aber wir wissen nicht, wie das mit dem Schloss Halt sie, wohin? Wohin gehen wir? Ich hab grad keinen Plan Bullard auch nicht Wir waren am Baum Die Brücke ist kaputt Die Mine ist zu Evertur Wir haben keinen Zahlencode Was ist das da vorne? Ja, das ist neu, oder? Ein Auto Nee, es ist nicht neu Doch Das ist ein anderes, oder? Das sieht Ja, das sieht nicht kaputt aus Der war Das ist der gleiche Wagen Der aber jetzt nicht mehr kaputt ist Oh, shit Boah, war das lauter einer Schreckt mir nicht so Hä? Ich hab mich sogar zurückgelehnt Warum war das plötzlich so laut? Als ich Oh, shit gesagt hab Wie kann das Auto sich repariert haben? Wer sauft hier? Wir Oder er Und der rede ich da mit uns Komm mal da rein Was? Oh Steht da? Das Licht? Kanal 3 Sage das Licht Okay Kanal 3 Wir müssen das Licht sagen Schalt das Licht an Ja, haben wir Die Scheinwerfer einschalten Ich hab Angst, die Scheinwerfer einzuschalten Ihr auch? Nein, mach Da wird sicher was Abgeschlossen Ernsthaft? Ernsthaft? Bester Hund EU West Kriegt ein Leckerli Der kriegt sowas von Leckerli Auf jeden Fall Also ich glaube, wir müssen den ganzen Kram halt machen Ja, ja, aber ich hab Angst, das Licht einzuschalten Leute Ich drück drauf Ich halte euch fest Weil Das Problem ist Wir gucken jetzt nach unten Heißt, wenn wir jetzt wieder nach oben gucken Können uns was erschrecken Ihr kennt das Ne? Nein, die Batterie ist tot Was hier? Was? Sicherheitsabdenkung Unterm Lenkrad Oh mein Gott Lenkrad Was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen Zinsspulen Wie sollen wir uns das merken? Vergiss Ist das gleiche? Ne Was ist das? Noch einer wird vermisst Todd McKinnon Ah, das Holz hat er geliefert Und die Brücke ist ja kaputt Also der wird auch vermisst Der wird auch vermisst Der von dem Zug Das sieht so katzenig aus Okay Ein guter alter Motor Oh lol Das ist das ganze Problem Aber warum hat das wer gemacht? Oh oh Ich hab Angst Ich hab Angst Das ist nicht gut Da guckt der Hund hin Deiner Jetzt geht's rund Bin gleich wieder da Gute Idee jetzt zu gehen Die Motorhaube ist nämlich auch noch Ein Wissensquiz will die da mit uns spielen Heutige Frage Was ich? Ich hab gar nichts gemacht Was haben wir gemacht? Warum sollen wir die Antwort kennen? Oh oh Der Preis ist auf unserem Weg Oh shit Ich kacke mir in die Hose Der Preis Was ist das? Moment mal Oh Der Code fürs Schloss Das bestimmt der Code fürs Schloss 2 1 1 3 Aber ich hab Angst Hier auszusteigen Okay Creepy Auto Diana, wo war die Mille? Ja Ich hab keine Orientierung Da hier Vergiss es Hier ist der Baum Aber Warum wissen wir Was wir getan haben? Das ist eine gute Frage Haben wir was mit dem Jungen zu tun Warum steckst du ihn Auch nicht Ich weiß auch nicht Warum der Hund Nicht mit dem Auto Mit reingeht Ich weiß es auch nicht Leute Ich weiß nicht Toch Das ist Wie Die König Wir König Und König Wir Wie König Vielen Dank.